Das waren jetzt tatsächlich gar nicht mal so arg viele. Das lässt sich sogar herholen. Das hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Das Ziel ist übrigens die Republik Dave, beziehungsweise Old Olney. Der Weg dahin ist noch relativ weit. Hier kommt irgendwo ein Zufalls-Encounter, ich weiß hier aber nie so genau wo. Das muss so ein Gebäude sein, das ich jetzt aber wegen der Dunkelheit gar nicht sehe. Man könnte es doch woanders. Das ist ja in der Richtung. Vielleicht kommt irgend so ein Ghoulmüll. Und da kann viele Gule. Ey, wir werden es euch zeigen. Ey, du. Du hast keine Chance, du. Du. Nämlich an dieser Stelle kommt, glaube ich, immer Ghoulmüll. Ich freue mich aber, was die hier zu suchen haben. Zeig mir mal einer, wo die Leiche von dem anderen ist. Ich finde den jetzt nämlich gar nicht mehr. Wenn einer die Leiche sieht, dann scheitere, okay? Na toll, finde ich nicht mehr. Dann hoffen wir einfach, dass keine wichtigen Items drin waren. Das leckt wieder. Das ist, glaube ich, der Spawn-Lag, den wir jetzt gerade eben haben. Das leckt ja ganz schön ziemlich. Ich muss aufhören, wird zu regnen. Nämlich in echt mag ich den Regen zwar. Aber hier leckt der Regen, glaube ich. Also verstärkt existierende Lecks und führt welche herbei, wo keine sind. Und die hat ja jetzt eine Abgesäckte. Wollte eigentlich gar nicht. Begleiter mit Abgesäckten gehen nämlich meistens zu nah ran an den Gegner. Hier und das neben drauf. Lässt sich sogar schon wieder herholen. Erstaunlich. Ja, der kommt ja an den Regulator. Hä? Wo ist das denn hier, frage ich mich gerade. Ja, der kommt laut der Regulator-Typ, wie ich es. Was? Oh nein! Das hat mich nämlich nicht aufgepasst und bin verhaftet worden. Und wenn ich dann nämlich nicht lade oder 1000 Euro zahle, dann werden die Regulatoren permanent feindlich, was ich natürlich nicht will. Sondern die sollen mit mir verbündet sein. Die da hinten sind die, die mich verhaften wollen. Achso, nein! Nein, da kommen irgendwelche Gegner-Fieslinge. Wir sind ein Klavenbastard, das ist toll. Da kommt ja bloß gerade. Steht gleich wieder auf mich los. Fingerlinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fieslinger-Fies ist er fertig gemacht. Guck mal, da hat einer einen Hochleistungsofen. Du kannst was erleben. Ähnlich ist der Highspeed-Fern-A ist erledigt. Was? Dingelingeling, Dingelingeling. Endlich ist er weggeschwingelt. Wah, da kommt schon wieder was. Aber was? Vor allem wo? Wo bin ich denn Gegner gar nicht mehr? Ah, von da kommt was. Für ne Blähpflege. Hä? Ach, du sollst doch keine Waffen holen. Nur Begleiter, bei denen die Muni sich nicht aufbraucht, dürfen Waffen holen. Hä? Na toll, da kommt ein Ghoul. Hey, die müssen ja auch ne Entdeckung sein. Oder hier irgendwo in der Gegend. Na toll, die haben irgendwelche Ghoul aktiviert. Hä? Hä? Wie ist das? Äh, du! Ey, du! ist der A2P weggemacht. Achso, nein, da kommt ein B-O-L-D. Was, jetzt habe ich jetzt nicht mehr viel Striche, übrig wegen diesen Over-Arches. Jetzt gucke ich mal, wo das ist. Ach, hier, toll. Wir müssen es schaffen, nach Canterbury zu kommen. Da gäbe es definitiv neue Striche. Die Hülle leuchtet aber hier. Oh, da kommt ein Köter. Super, da ist Wasser, da will ich nicht rein, weil ich absolut überhaupt einen Bock auf Verstahlung habe. Das ist hier so ewig weit weg von allem. Ja, da rattert es ja schon wieder. Zum Beispiel ist das. So ein Weg. Leg du da! Komm endlich durch! Boah, Leute, ich würde mich so langsam mal über einen Wetterwechsel freuen. Ganz ehrlich. Bei diesem Fitter-Thema ist es doch relativ schwierig zu spielen. Wenn man überhaupt nichts sieht und so. Da sehen wir begünstigt dieses Wetter-Thema ja wie gesagt den Leck. Da sehen wir das. Da sind wir, dass wir es jetzt kurz Olha haben. Da Economic kommen. Bei �h, bei mir gerade bei dem Karte. Da sehen wir uns, bis zuvanzig. Da sehen dich, bis zuvanzig. Aber wenn du Schritt nachklar. Da sehen wir uns, bis an. Und da sehen wir uns, bis zuvanzig. Wir sehen uns, bis zuvanzig. Da kommt ganz viele Enklave-Stamps. Hier ist nämlich glaube ich ein Lager von denen. Ich will mal gucken, wie groß das Video schon wieder ist. Geht noch. Jetzt fängt es wieder an zu lacken. Soll ich jetzt bohnen, weiß eigentlich gerade ganz viel. Oh, guck mal den Maus-Lag. Ey, das ist ja gar nicht mehr aufzudecken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was da jetzt alles gespawnt ist. Aber ich bin mir sicher, dass es viel zu viel ist. Hä? Beta? Was machen die denn hier? Irgendwie auch hier kein Enklave. Hä? Na da, Antoine. Na toll, jetzt geht das Gelegge wieder los. Da kommen auch noch solche Blutdinger. Glück, 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 glück. Na toll, es ist abgesch... Na toll, es ist abgesch... Egal, von mir aus ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um mal ein neues Video anzufangen. Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Und dann komm mal ein neues Video an. 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 Vielen Dank.